Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer Wanne-Folge von Blade BVB, Folge Nr. 9. Ich bin auf dem Server, wo bist du? Nehm dir. Ok, gut, wir sind hier. Jetzt der angekündigte Kampf gegen DopeStar HD und... Ja, der andere der Koffer vielleicht bestimmt. Zweiten kennt niemand. Wir wollten jetzt hier nochmal eine Diabrustplatte machen. Ja, haben wir uns dazu entschieden. Ich mach die jetzt. Ich weiß nicht, ob die besser ist als die... Kommt ein Crapper. Sag du mal, was hast du Schuss sicher? Na nimm du Schutz. Oh, dann kann ich verbinden! Warte, dann kann ich verbinden, oder? Ah ne, gar nicht. Gut, es ist 20.15 Uhr und wir sind alleine auf dem Server. Mal gucken wann sie kommen. Kann ich nicht nachvollziehen. Okay, wir haben 15 Minuten, das heißt der Kampf müsste in... Boah, was weiß ich, 8 Minuten oder so abgewickelt sein. Wir können ja schon mal irgendwie... Wo wollen wir uns dann hinstellen? Erstmal dort kämpfen dann. Nein, lass mal hier. Was? Wir wissen gleich, von welcher Richtung die kommen. Ja eben. Fuck, Alter. Weil die sind halt auch noch... die sind auch noch in die Mitte. Wir müssen ja erstmal die Mitte-Koordinaten schreiben. Und es regnet, ist auch super. Das Schopper. Da rüberkommen. Ha... Oh, Junge. So, die müssen jetzt mal langsam auf den Server kommen. Ich weiß nicht, ob die die Uhr lesen können. Dann eher nicht. Ist sowieso meine Absprache hier immer ein bisschen kritisch. Jetzt kommen die so von hinten. Zack. Irgendwie soll es ja... Ja, wir können jetzt nicht mehr viel machen. Wir haben uns auch geclipsed, so wie es ist. Ihr wisst vielleicht, dass wir nicht die übelsten Minecraft sucht. Die sind, wir zocken das eigentlich... Selten bis gar nicht. Ja, wir hatten meine PvP jetzt. Ach, genau. Wenden Case. Ähm... Und... Genau, dementsprechend sehen meiner Meinung nach unsere Chancen aus. Außerdem haben die auch ein bisschen besseres... Äh, Equip. Ich schreib dir Gott sie kurz. Ja. Und... Wir haben vor einer Runde geschossen. Hälfte unseres Lebens. Kriegt mal kurz. Ja. Gut. Mal gucken, wie weit sie weg sind. Die haben nämlich gedacht, das ist 0-0. Hast du jetzt die kurz von hier geschickt? Von dem Punkt hier? Dann lass mal irgendwo anders hingehen, oder? Ha. Ja. Ja. Oh. Bonustroh. Lass mal zufälligenweise jetzt herbeigehen. Vorbeigehen. Lass mal die Bonustroh nochmal forsen. Ja. Und dann gehen wir da... Auf unsere Baumplatzform. Nimm du die rechts, ich nehme die hier und dann folg mir mal. Ja. Ja. Oh, zwei Dears? Du? Nichts. Das ist ja erst mal die erste gewesen, stimmt. Achja, fuck. Das bringt ihr nichts mehr, zwei Dears, oder? Nein. Fangen wir mit. Jo. Einige sind schon gestorben. Hier seht ihr zum Beispiel Ripschlippy. Dort vorne ist irgendwas von Ripschlippy. Ach, Blip Double Team. Ja, stimmt. Irgendwas war von Double Kill gelaubert. Ich war nicht mehr so ganz dabei dann. Also so ein Skype Online, deswegen haben wir auch einen Kampf verpasst, oder weniger. Leute, das ist ein bisschen, ne, kritisch. Okay, kommst du mit auf unsere Plattform jetzt, oder? Ja, weiter hoch. Hier. Aber wenn die jetzt... Ah, das ist aber auch nicht so ganz premium hier oben. Ja doch, das ist premium. Das ist premium. Hast du genug Fleisch? Ich weiß noch kurz, wie lang die brauchen. Okay. Weil wenn die jetzt bei minus 5 Milliarden sind... Ja gut. Ja gut. Ja gut... Ich habe jetzt auch noch einen Bogen. Ich habe jetzt auch noch einen Bogen. Ich habe jetzt auch noch einen Bogen. Stärke 1, 2. Ich habe jetzt auch noch einen Bogen. Stärke 4, Schwert, Alter. Gut, können wir nur warten. Und hoffen. Feuer los. Jetzt ist die Zeit auch noch gefüllt. Ja, das bringt nichts. Selbst wenn wir jetzt 4 Dears hätten, das würde nicht so viel bringen, glaube ich. Hallo. Hallo. Hä, was denn? Hä? Seht ihr nicht? Gar nicht. Warte. Oh. Seht ihr schon da? Meinst du? Fuck, ich reiß nicht. Könnte ich auch sein. Ha, es gibt diesen 1.8 Bug, dass man halt unsichtbar ist. Natürlich Premium. Ja. Aber ich seh die nicht. Ich mein, die sind da zur Mitte gerannt. Die sind zu unseren Quads gerannt. Seht die auch nicht. Die sind zu unseren Quads gerannt. Seht die auch nicht. Die sind zu unseren Quads gerannt, auf jeden Fall. Kein Plan. Ja, gehen wir auf die Wormfahrer, ja. Schreibt erst mal hallo. Gibt gleich hallo. Da ist ein Zombie. Ich seh die nicht. Seh die auch nicht. Das ist doch dort. Bei den Bäumen da. Ich seh nicht. Wo wir vorher standen. Die Steinmauer. Das sind Bieste. Okay. 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 Mikrofon muted. Ey, die sollte sich mal in der Mitte zeigen, Alter. WTF? 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 Ich kann jetzt nicht. Mach ich dann. WTF? Ja. Ja, warte. Waren diese... Waren diese Jumpsteine da schon immer? Im Wasser? Können die mal antworten. Könnte sein, ja. Wenn wir jetzt von denen überraschen, wäre das kacke, weil wir hatten ja vorher gesprochen und so von wegen Überraschungseffekt und sowas. Ne, ne. Die sind doch nicht mal hier. Ja, ne. Ich will mal ganz kurz... Geräusche. Spawn die mal. Also kommen die mal sp... Ja. Kein Plan wo die sind. Ich auch nicht. Ich muss noch kurz was trinken, Alter. Gleich mal reden hier. Hm. Ähm. Das ist ein Hase. Kann mir nicht vorstellen, dass der Sorge länger angelassen wird, nur weil wir kämpfen. Deswegen sollten die sich mal die... Ne, 15 Minuten sind trotzdem. Die, äh, die, äh... Die Eier... Die Eier grabben. Sind da... Wo genau? Ich seh die gar nicht, die sind gar nicht in der Mitte. Ja, lass mal kurz ein bisschen weiter vorgehen. Du siehst die, wenn die in der Mitte wären. Oh Mann. Am spawnen. Am spawnen. Spawnen ist bei jedem anders. Man. Äh. Ne, aber ich seh die gar nicht. Entstumm dich. Wat? Blabert der? Komm, folgst du mir mal bitte? Ja. Wo bist du? Hier. Bist du mit? Ich bin jetzt am spawnen. Ja, ich auch. Ja, nicht ganz. Da sind sie. Besitze. Okay. Geht das jetzt so direkt los, oder? Wird doch irgendwas weg aus? Ja, es geht los. Ja, es geht los. Komm, komm. Ich geb jetzt weiter hinter. Lass mal hier so... Okay. Warte. Lass mal nicht von Pfeilen treffen. Ja. Okay. Die haben bessere Bögen als wir. Ich hab besseres Schwert als die, glaub ich. Deswegen... Ja, wir müssen ein bisschen in den Nahkampf gehen. Ich würd sagen, wir lassen die einfach mal kurz hier abschießen. Ich weiß nicht, ob die viele Pfeile haben. Oh, oh, einer kommt ein bisschen weiter nach. Achtung. Musst du auch da abschießen. Uh, fu, 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 fu. Wo bist du? Hinter dir. Lass mal Gold dafür fressen. Ja. Die treffen. Das kommt mir eigentlich vor, oder? Hab ihn. Einmal. Zweimal. Ich fall halt immer so runter. Wo ist denn denn sein Mate? Der vorne ist er. Wow. Hab ihn einmal gut gehittet. Komm. Hier, renn. Ne, nicht hinter... Nicht hinter Buschen. Doch, warum nicht? Natürlich. Junge, der hat nicht viel Leben verloren. Ich hab keine... Hab ich keine Pfeile mehr, doch. Ich will dann live. Mit dem einen Schlag. Fuuuck. Ha, okay. Hab den Einleiter. Stopp. Jetzt haben wir unsere Goldäpfe gefressen, ne? Okay. Scheiße, stimmt. Dann lass uns jetzt angreifen. Ja, wir müssen mich ja davor gehen, komm. Aber trotzdem nicht treffen lassen. Uh, ja. Ist nicht getroffen. Oh, fuck. Nochmal. Die kommen jetzt. Oh, fuck. Weit auf mich. Weit auf mich. Stopp, nein. Wo bist du? Okay, lass auf drei dann. Oh, warte. Stoppster ist niedrig. Ganz niedrig. Sehr niedrig. Auf Stoppster. Ich hab auch nochmal getroffen. Ich hab keine Felder. Ich bin auch. Scheiße, ich bin One-Shotter. Ich bin dort. Wow. LOL. Wie? Dein Ernst. Ha, Junge. Wie? Ha. Okay, das war kackt. Hä, ich war... Ja, mit besser Bögen. Weiß ich was der... Was ich auf zwei. Kann ich wieder blicken? Kannst du callen? Ne, oder? Nein, ich kann nichts dran. Ja. Ja. Ha, ha, ha. Was hast du gesagt? Scheiße. Bist du tot? Och, mann. Hab's dir gesagt, du. Scheiße, ey. Du bist damit auch blöd ausgeschiebt, Mama. Ja, die Bögen waren halt übelstark, fuck. Ja. Ja, die hatten voll viele Pfeile. Der eine, der war niedrig, ma. Ja, ich weiß. Ich hatte dann auch keine Pfeile mehr. Ich auch nicht. Wir hatten über wenig Pfeile. Joa. Das war nichts oder so. Krasser Kampf, so. Auf jeden Fall. Ansonsten, wenn euch das Projekt gefallen hat, Leute, dann schreibt's gerne in die Kommentare. Oder lasst uns gerne da. Ansonsten, sehen wir uns dann. Joa. In dem nächsten Projekt, ne? Joa, tschau. Tschüss. Tschüss.